ja hallo herzlich willkommen hier zurück zu meiner kleinen werkstatt so ich bin im moment hier bei 91,2 prozent ja geld habe ich so noch keins bekommen ähm es gibt hier irgendwo diesen typen habe ich gesehen warte mal wo war der denn jetzt ich glaube der war hier irgendwo oder ähm nein ok moment äh ach hier war ich genau also hier ist der typ den habe ich gefunden jetzt mal wieder und der möchte gerne 15 große regale haben ja ich versuche ob ich das machen können für die ganze belohnung musste alle produkte innerhalb der zeit erstellen du musst das musst du gut planen ich versuche das mal um produkte planen großes regal also ich habe hier holz um das wird dann damit verbunden denn blaue oder da egal das wird da gemacht was ist denn jetzt hier wieder oh gott ist dann noch weiter jetzt rohmaterial rohmetall so das kommt in den ofen das wird dann hier gemacht so und das kommt dann dahin produktionsbereit ok 15 will er haben und dann mal los ran an die arbeit jungs und mädels so bin ich mal gespannt ob wir das hinkriegen was für ein qualmier das andere hätte jetzt Zeit aber ich muss das mal das hier machen ich habe nur noch 7.000 ich hätte gerne mehr Geld da unten wenn hier alle mitarbeiten so was heißt denn das hier oben kein Marktangebot verkaufe das Produkt als Schrott oder warte auf ein Angebot ich warte lieber erst mal das untere das ist das Wichtige ja kappa 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 so hatte ich dann Brot rausgeholt mit Wurst oder was auch immer ein Hotdog in den Mann der eine arbeitet am Ofen andere an der Holzbank da ein gewuselt ist das hier so weg da aus weg so das ist gut wenn man eine Pause macht geht er nicht zu arbeiten aber wenn dann der arbeitet eine Pause macht dann geht der nächste hin und so weiter los leute hopp ihr seid doch immer schön flassig immer am arbeiten hier das Metall in den heißen Ofen sieht doch von ganz nett aus hier fünf stück haben wir schon 15 brauchen wir dann arbeite mal schön flassig weiter hier ne hoppsala und dann mach wieder kikiriki wir haben schon noch über 30% wir haben schon noch über 30% du 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 ich meine die leute kriegen wir das hin hier im moment ist gut aus ihr seid fleißig und mir so vielen helferlein müsste das eigentlich möglich sein hahaha es reimt sich ja genau am kurs in die zeit um gucken am handy spielen natürlich was aber da so machen zwischendurch die ein am arbeiten jetzt machen da vier pause dann kommt der nächste jetzt und der andere dann macht jetzt da was so geht der jetzt auf klo oder was nein gehst du hin so und dann geht einfach so da 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 moment ich musste die station erst mal reparieren ich würde mir gleich mal was zuerst machen ich habe ein bisschen hunger heute noch nicht gegessen und haben das dann 20 vor fünf jetzt am nachmittag ja ach ja ich freue mich schon auf planet coaster wenn man gespannt wie groß da dann halt der park werden kann denn das weiß ich ja noch nicht so leute jetzt könnt ihr weiterarbeiten eine kleine werkbank mittlere werkbank sage ich mal so viele bänke 440,6 prozent so dann lasse ich das noch mal ein bisschen schneller laufen oh gott ich habe noch knapp 6000 auf dem konto ein regal ist da jetzt erst fertig halt der leuer ihr habt noch 20 stunden jetzt noch 19 los leute rein halten hier hopp 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 wer das nicht schafft wird entlassen das fünfte egal ist fertig zack zack hier zack zack da arbeitet und der arbeit und der arbeitet moment was ist da ist gekommen der markt wurde aktualisiert zeigt mal ich habe ja ja 15 regale da sind 14 regale das ist ja schon noch fünf stunden oh gott schafft ihr dass ich meine schneller ging es ja nicht da haben so viele daran gearbeitet drei stunden noch und wir sind bei 61 prozent na ja hätten da wohl schon bei 90 prozent sein müssen vielleicht noch ein paar mehr arbeiten müssen aber noch mehr leute kosten noch mehr geld und so viel platz habe ich hier ja nicht wenn du wenig geld hast heute ist ja 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 da kommt jetzt der lkw wagen der holt jetzt die sachen ab ob sie da was verloren jetzt ist der wagen weggefahren war geliefert 791 äh das hat mir so nicht vereinbart du hast 33 prozent der bestellung vielleicht hätten es noch mehr leute sein müssen ich weiß es nicht die besagte dir das was zu gehen die weiter neuer am ende 791 gut da werden die sachen auch noch trotzdem geliefert geliefert um ne ich war mal angebot zeigen die drücken wir hier nichts um aber da haben wir ja noch auch noch mal regale 14 dann nehme ich das mal an so vielleicht müssen dann noch mehr arbeiter im arbeiten aber keine ahnung karti blue hat einen vollen stern oder ist er gleich voll äh mit die ja bediener will ich haben warte mal vielleicht noch mal zwei mehr so so pang na 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 moment reparieren so was jetzt da noch hingestellt wird könnte vielleicht die regale sein dass ich weiß es nicht muss er eigentlich den plan machen aber ich gucke erst meine haupte nur so viel geld so reparatur ist noch nicht fertig er macht das nein er macht das nicht wer repariert das also okay immer diese reparatur und die kosten noch auch zeit mit die machen ja noch den auftrag da oben fertig eigentlich muss das ja auch ziehen aber egal das ist ja hier das ist ja bereit ja okay auf los hätte auch noch ein bisschen aber okay so da bringt einer eisen oder was metall naja gut läuft unten auch jetzt mit spätgestalt krieg wo nicht mehr hin aber egal ich lass das mal saßen hier wer arbeitet da so spielt noch in der bergstadt darum da sind meine kleinen helfer und fallen nicht um ja wer arbeitet zu spät hier in der bergstadt um das ist meine kleinen arbeiter die sind nicht um la 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 hat mein geld wird immer weniger aber oben wird ja auch voll wenn es unten hier ist nicht klappt dann kann ich das oben noch wohl verkaufen so wie ich das mitbekommen habe ja 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 hab aber was moment 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 da wird gebrutzelt das geht aber nicht reparatur läuft ja ja und wieder ein neuer tag und wieder ein neuer tag ist wo sind hier ist wo sind da kappa 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 ja ich halt mein geld mit immer weniger nur noch 2000 komm 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 oh gott mehr weniger ja vielleicht wird man doch erstmal mit was leichte im beginn ich habe eine idee für mehrere länder für mein leben ja 14 große regale für mich hälfte ich habe regale volle regale also 14 regale hier oben habe ich 14 warte mal du kannst das hier so irgendwo verkaufen du könntest diese produkte vielleicht auf dem markt verkaufen sollte in zukunft eine anfrage kommen bist du sicher dass du alle übrigen produkte verschrotten willst nein nicht verschrotten ich würde jedoch verkaufen aber das geht jetzt wohl so nicht große regale ja wenn ich da nur draufklicke dann kann ich die nur verschrotten ich will es ja nicht verschrotten merkwürdig projekt abbrechen geht er auch nicht also will ich auch nicht oh gott da brutzelt was vor sich hin reparatur ja soviel dazu ne oha ist auch hallo 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 ok gut das war diesmal nicht so gut ok ja oh oh äh was oh hm ich bin nur vorhin bei reparieren ähm ja ich habe das doch von hier hallo die reparatur läuft doch merkwürdig warum geht keiner so schnell hin und macht es fertig ok diese ganz großen regale und tüttel das hat oder doch ein bisschen zu lange gedauert ähm nee da ist ja nix was anderes hier papierkorb kommen da auch keine aufträge mehr ich will es nicht verschrotten oder wegwerfen ach gott ok jetzt will der 15 dollar pferde haben habe ich leider nicht da la pferde was brauche ich denn für die dollar pferde holz na gut ich bin aber sowieso im minus gleich dann machen wir das hier mal moment so ob ich da noch wieder irgendwie hochkomme mit dem geld oder ich weiß es ja nicht ich glaube eher nicht so so mal n m so hat ein pferd fertig das ist gut zwei pferde sind da fertig so du bist fast bankrot wenn du weniger als 5000 im minus bis und weiter muss dann der fabrik fließen ja genau wenn ich auch schon gedacht ein zwei drei aber hier die lorde die kann ich so anklicken warte mal wie komme ich da weiter rund da ja hier so war da mal er hier halt unten entlassen so klara pieters oder pieters wird auch gefeuert so die anderen haben ja alle von hier zwei ok die fliegen davon ok bezahl ich die schon mal nicht mehr ja das wird dann jedoch verschrotten jetzt mal so da wird schon mal was abgeliefert und abgeholt kreative buchführung ok im moment 200 wieder im plus juhu ja dann kann das auch verfrottet werden so der nächste bitte da kommen jetzt die regale rein so im moment 500 ok wenn ich jetzt noch mit die pferde hier geld bekomme geld verdiene dann versuche ich erstmal kleine sachen zu machen die nicht zu lange dauern und das auch mit zwei leute mal hinbekommen oder sowas da habe ich doch noch ein bisschen zu früh zu viele leute eingestellt kann ja auch sein kostet ja jeder hier immer geld das ist ja auch nicht so toll aber mit die pferde da bin ich schon auf 75 prozent und habe da noch einen tag und fünf stunden zeit und das ist doch sieht gut aus im moment hoch wollte ich gar nicht Warum schlafen wir ein Blumen? Wie ist hier ein Blumen? Dumbdi? Dumbdi? Keke Riku! wie sieht es hier im moment aus im moment ist es noch gut wie es aussieht da ist auch noch gut hier ist auch noch gut okay ja mit die fäde sieht gut aus 98 prozent lieferbar na dann so dann holt man die pferde ab hier goldene pferde will ich dir schenken so und ein taler plus klingling ich kriege gleich wieder geld aus kein klingling machen und 5000 minus also das dauert bis man den da ankommt denke ich mal so open ein level aufgestiegen ok da noch was gut aber hier mal auf pause ich habe hier jetzt das geld bekommen bezahlung erhalten 1781 erfahrung erhalten 4000 gut ich muss jetzt mal sehen was ich noch an billigen sachen darf schnell vielleicht hier stehen kann und wieder mehr geld zu bekommen ja dann dann schaue ich meine auf nächstes mal dann besser wird ich sag erst mal bleibt gesund werde gesund und dann ja mal weiter gucken muss gut erst mal bye